Alright. Was zahlt mir in Zuri für so ein Räumchen? 1'000 Euro pro Monat? Alright. Yes! Mein Name ist Veronika Huzaro. Ich habe etwas mehr als meine Stimme dabei. Und zwar habe ich noch meine liebe Gitarre dabei. Und meine Loopstation. Alles, was ihr gehört aus diesem Räumchen ist live. Der Song nennt sich «Beach». 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 3, 4 2, 3, 4 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.